Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Walking Dead. Bewertet den Part und viel Spaß! Okay, Moment. Was, ich kann trotzdem mit Glenn reden? Okay. Ich würde sagen... Noch kurz warten... Und hinten. Auf den Kopf, Mann! Ey... Wir sind die Master, Alter. Wir sind die Mainz. Einfach die Mainz! Hinten den Schraubenschlüssel... Oh... Oh... Das ist cool. Jetzt haben wir das. Sind Sie beide fertig? Was? Ja gut, der Axe ist natürlich auch ganz nice, ne? Ja, wir hätten auch beides haben können. So, kann ich mich erstmal hier unten umgucken? Nein. Okay. Kann ich hier... Okay, ich muss die Treppe hoch, wie es aussieht. Okay. Wir sind gleich hinter dir. Okay. Wir sind gleich hinter dir. Was ich jetzt schon lange gemerkt haben. So. Warten, warten und... Oh! Alles klar. Einfach den Kopf abtrennen, so. Nice. Das ist sehr nice. So, ich kann mich jetzt noch bewegen, alles klar. Aber ich komme hier nicht weiter. Okay. Okay. Alles klar. Okay. Okay. Oh. Oh. Alter. Alter. Ganz ernst? Nein. Was, wenn du uns zurückgekriegst und gehst mit unserer Gruppe zu? Ich weiß, das ist weshalb ich gelostet habe. Ich kann das nicht passieren. Du hast eine Räuer. So? Kann ich... ...borrow es? Was meinst du, borrow? Gib es zu mir? Ich kann das einfach... ...fut, fahrneun. ... und dann... ... dann ist es kein Problem. Woah, Woah, Woah! Bitte! Ich will nicht sein, dass sie das nicht. Sie sind... sie sind... satanisch. Gib es ihr an. Was? Du kannst nicht ernsthaft sein. Mach es. Nein! Schau sie, Carly. Es gibt keine glücklichen Endung dazu. Okay. Alles klar. Vielen Dank. Ich weiß, wie schrecklich das muss sein. Wir können das nicht sehen. Los geht's. Wir können noch nicht gehen. Was? Warum nicht? Weil jemand braucht die Schlüssel. Sie können sie nicht verlassen. Sie beide gehen. Okay. Du bist sicher? Ja. Ja. Gott öffne dich, okay? Gott öffne dich auch. Alter, Futter. Es ist nur eine Kugel-Achievement, Alter. Dafür gibt's ein Achievement, ey. Uiuiui. Alles gut? Ja, wir hatten ein paar Kugeln, aber Glenn ist gut, und... Well, ja, wir sind okay. Ich habe ein paar Kugeln für Ihr Pick-up in der Trunk in meinem Auto. Gut zu hören. Und die Sachen hier? Quiet. Unsere Freund ist noch in und aus. Er wird nicht mehr Stress übernehmen. Die nächste Verhandlung ist, um diese Pils aus der Pharmacy zu bekommen. Wenn wir jetzt mit ihr reden und sagen... Oh. Okay, dann halt nicht. Dann hier das Walkie-Talkie wiedergeben. Das ist gut. Ich weiß, ich bin nicht dein Vater, aber wenn du nichts brauchst, dann bin ich dein Typ, okay? Okay, gleich. Du bist mein Typ? Oh, nein. Du weißt... Wir werden versuchen, sich zu uns beobachten. Ja, das Problem. Lass mich wissen, wenn du nichts brauchst. Okay. Oh, sie ist schön da. Oh, es ist niedlich. Wie geht's, Glenn? Du weißt. Wie geht's, die Motorhead? Wie kann es so schlecht sein, so schnell? Du weißt, wenn Dinge getrennt werden, Leute machen schuldig. Ich glaube. Aber das ist nicht ich. Ich bin nicht aufzuhören. Nicht für nichts. Gut, Mann. Gut. Du lässt sie es machen, du weißt. Du sagst, sie schaffst. Ich weiß, ich habe. Warum würde du das machen? Es wäre aber nicht so eine geile Idee. Was ist dein nächster Bewegung? Ich weiß nicht. Ich meine, ihr seht gut. Was ist mit deiner Familie? Ja, ich... Ich... Vergiss es, Mann. Das ist dein Geschäft. Ich liebe es, ich fühle mich nicht, dass ich nichts tun kann. Ich weiß das Gefühl, Mann. Ich versuche, ein bisschen Brust zu bekommen. Ja, genau. Es sollte sich wirklich ausruhen. Aber wir können das Gitter draußen wirklich aufbrechen. Ja, ich will. Alles klar, reden wir nochmal mit Doug und so. Also mit Kenny und Doug und Kate? Kate? Keine Ahnung. Irgendwie. Dann red halt nicht mit uns. Blöde Kuh, ey. Bisschen Konversation und so hier in den schlechten Zeiten. Oh nein, er will ja nicht. Wir haben ja eine Axt, ne? Wir sind noch an. Als ob die das nicht gehört haben. Bitte, was? Wir sind noch an. Man sagt doch einfach, dass es deine Eltern sind. Wir müssen die Teile irgendwie lauter kriegen, würde ich meinen. Aber wie? Wie? So, finden wir hier drin noch irgendwas. Irgendwas, um die Scheiße lauter zu machen. Ich glaube aber eigentlich nicht, oder? Irgendwie habe ich so nicht das Gefühl. Sagen wir schon? Okay, dann gehe ich gleich einfach aus dem Gitter raus und versuche da irgendwas zu machen. Ich könnte die Axt benutzen. Naja, jetzt ist es zu spät. Jetzt nutze ich nicht die Axt dafür, sondern geh raus und hol den Schlüssel. Denn wir haben das Dings jetzt schon aufgebrochen. Das, 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 das... Schloss. So. Nicht, dass die noch denken, dass wir alle hier umbringen wollen dadurch. So. Ja. Sehen wir uns draußen noch. Okay. Ich höre nicht. Ah. Als ob die das nicht hören. Ach. Ich höre nicht. Ach. Ich höre nicht. Ich höre nicht. Ich CEZ. Wenn es heres厲害 war, dann können wir also ausgeliehen die Straße. Ja, klar. Ach so... Ah. Ja, klar. What habe ich, hier, ist man bei jedem. Was ist das so in der Runde? Oh, well, Carly's pretty nice, you know. Heh, yeah. Lily doesn't take any crap. She's been running the show, keeping people on watch, things like that. And her dad... Yeah, bad guy. He's kind of a dick. Pardon my French. Bitte triff, bitte triff. Nicer Wurf. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Schnell hinrennen. Okay, hinschleichen. Ich korrigiere mich. Hey, bud. I don't know what happened to Mom and Dad, but I know if you were there, you would have died for them. So, yeah, I'm gonna assume that's what happened. Did you find them yet? Give me a second. I'm sorry, man. I'm sorry I wasn't here. But knowing you are to take care of them for all, not out. Das war in den Nacken. Das killt sie nicht, oder? Ich wollte gerade sagen. Danke. Treffen muss gelernt sein. Obwohl, ich glaube, das ist gar nicht mal so einfach, wie man sich das vorstellt. Hey, Kumpel. Achievement. There we go. Holy crap! Run! War ja klar. Alter, als ob er die Tür nicht mal ganz zugemacht hat. Was ist denn mit ihm? Und die können auch locker jetzt reinkommen. Dadurch, dass es so ein fetter Spalt einfach ist. Ich habe die Schlüsse. Great. Gott, du bist großartig. Lass uns da rein. Wir sind großartig. Woo! Schon nice. Das ist großartig. Das ist großartig. Das ist großartig. Das ist großartig. Oh nein. Ja, das ist eindeutig nicht gut. Oh, ist das deine Mom? Ich glaube nicht, oder? Ich will gar nicht sehen, wie viele da jetzt sind. Ich bin ein Erdbein. Ich bin ein Erdbein. Ich bin ein Erdbein. Ich bin ein Erdbein. Das ist großartig. Doug, Carly, and Lee, you guys make sure our defenses stay up till then. And Lee, I better take that axe in case I run into any of them on the way to my truck. Here you go. Guys, that door's not locked anymore. Shit. You three, get on it. I'll get back as fast as I can. Stay away from the windows. Dad, we need your help, please. Hey, Lee. Hope we don't make it through this. You should know, that I think you're a great guy. We will make it through this. Doug, if we don't make it through this, you should know. I said, what? Huh? You said, I should know. Shit! Ähm, das ist nicht gut. Shit! Oh shit! Okay, then. Sie gönnt sich halt. Can you look with something, to stick in between the handles? Something real strong, okay? Okay. Drücken! Pressen! Ah, was? Ha! Ha! Der Krückstock! Den holt's jetzt wahrscheinlich, oder? Der Krückstock! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich... Nehmen! Tür! Der Krückstock! Der Krückstock hält das aus! Nein, 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 oh nein Nein Scheiße Oh my god Let's go They got dug They, they You gotta move Was ist denn mit ihm falsch? Was? Okay, Kenny ist Geiler Boy Was ist denn mit dem Typen falsch? Weißt du, ich rette sein verficktes Leben Mit seinen verkackten Tabletten Und er will mich einfach opfern Weißt du, was ist denn los mit ihm? Boah Dem werde ich niemals helfen, ey Dem werde ich nie retten Wenn ich die Chance dazu hätte Ohne Witz Hat er nicht verdient, ey Boah Alter So Leute, das war's mit dieser Folge Ich hoffe, es hat euch gefallen Wenn ja, bewertet ihr den Part Wir sehen uns bei Das nächste Mal wieder Haut Da rein